Ein Moment und eine kurze Pause zum Rauchen. Das habe ich tausendmal erzählt, dass der erste Satz von I am in einem Beißel entstanden ist, wo einer zu mir gesagt hat, ich bin nicht mehr. Und ich sagte nicht mehr, aber ich dachte, ich bin, und deshalb habe ich den Text geschrieben. Das Lied und so haben der Flo und die so miteinander geschrieben. Nur in Wirklichkeit ist das ja anders. In Wirklichkeit bin ich ein Chamäleon und ich muss echt immer genau aufpassen, genau neben dem ich gerade stehe, weil mir geht es dann genauso. Und heute aus irgendeinem Bund ist dreimal die Situation gewesen, dass irgendwie gesagt, bist du eigentlich da? Und ich dachte, nein, vielleicht bin ich im Beißel hängerblind. Er hat gesagt, ich bin nicht mehr unserer Leute der Loyalität, aber vielleicht bin ich ja auch nicht mehr. Weg. Ich habe das Lied geschrieben zur Sicherheit, dass ich zumindest zu tun habe, ich war ja noch da. Ja, ja, es ist jetzt so. Ich bin. 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 Body-breaking, wondering what it takes for me to say I am Silence and anger Keep tearing me down Can't you feel the danger that comes creeping with the sound So please open up now as I just don't know how Wondering whether or not you're still breathing Can't you see me creeping? Don't you hear me weeping? You got what it takes Can't stop counting colors What you've been dreaming of Look at me, I'm falling now So please let me, let me go Let me shed your tears You got what it takes For me to stay You got what it takes For me to stay You got what it takes 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 For me to stay I am I am I am I am Not what it takes For me to stay I am I am Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020